Paket.in macht eine Warenübergabelösung an der Haustür, auch wenn der Empfänger nicht zu Hause ist. Unser Ziel war dabei aber, die Unabhängigkeit von den Lieferanten zu haben, weil es gibt Lösungen heute schon auf dem Markt, aber dann müsste der Endkunde wiederum verschiedenste Lösungen haben, also eine von DHL, eine von Hermes und wen auch immer es noch geben wird. Und unser System ist unabhängig, alle Lieferanten können einliefern, ob das der große Logistiker ist oder wiederum der kleine Bäcker, der die Sondersbrötchen reinnimmt. Ich bestelle sehr viel im Internet und bin aber den Paketen immer hinterhergelaufen. Entweder war es bei dem Nachbar oder dem Nachbar, es war in der Poststelle, die aber dann schon wieder geschlossen war, als ich dann holen konnte. Und deswegen wollte ich eine Lösung haben, die an der Haustür ist. Und DHL hat 2014 Wasser rausgebracht, habe das auch gleich gekauft und installiert und habe aber mitbekommen, dass da nur DHL einliefern darf. Noch nicht mal DHL Express, noch nicht mal die Deutsche Post, sondern nur DHL und die anderen Hermes, UPS, GLS, wie sie auch alle heißen, DPD, konnten gar nichts einliefern. Und da dachte ich mir, vor meinem Haus habe ich nicht so viel Platz, dass ich jetzt 20 Kästen hinstellen kann. Und deswegen brauchte ich eine unabhängige Lösung. Und ganz schnell war das so, dass alle anderen Fahrer mitgemacht haben und somit empfange ich seit 2015 meine ganzen Pakete. PaketIn ist eigentlich eine große Cloud inzwischen. In diesen werden die PaketIn-Warenübergabelösungen verwaltet. Die Lieferanten können in der Cloud ihre eigenen Boten pflegen. Die Empfänger wiederum können ihre Mitnutzer mit pflegen. Der Vater ist der Eigentümer, der Vertragspartner, aber die Mutter, die Tochter und der Sohn oder die Oma können alle Mitnutzer sein von diesen. Das Mobilfunk ist quasi der Schlüssel und die Überwachung dieser Zugänge. Hintergrund ist, wenn Sie sehr, sehr viele Lieferanten haben, die auch ständig wechseln, müssen Sie den Schlüsseln immer hinterherlaufen. Und dieser Schlüssel sollte aber das Smart Device sein oder ein Smartphone. Und dieses Smartphone hat quasi den Zugang auf diesen PaketIn-Zugang. Und das Schöne ist dabei, dass man den in Sekundenschnelle einrichten kann, aber auch wieder löschen kann. Und das ist der große Vorteil vom Mobilfunk. Wir setzen eine SIM-Karte ein, die quasi national, aber europaweit und auch weltweit genutzt werden kann. Weil PaketIn in seiner Form ist nicht nur deutschlandweit, sondern das kann man auch natürlich internationalisieren. Wir haben Anfragen aus verschiedenen europäischen Ländern schon. Und irgendwann wird das Ganze auch weltweit möglich sein. Wir haben für PaketIn natürlich alle drei Mobilfunkunternehmen angefragt. Und bei Telefonica haben wir gute Erfahrungen gesammelt gegenüber den anderen zwei Anbietern. Das Vorteilhafte ist, dass wir uns jetzt für Telefonica entschieden haben, ist die Nähe. Also sie waren auch interessiert daran, waren auch interessiert, das Ganze voranzutreiben. Und auch einem Start-up eine Chance zu geben, dass man so etwas etablieren kann. Die nächsten Schritte für unser Unternehmen ist quasi der Ausbau des Vertriebes. Und dabei fokussieren wir uns aber auf Wohnungsgesellschaften und Studentenwohnheime. Das heißt, man hat mehrere Empfänger, die sich dann weniger Kästen teilen, ganz einfach. Und dadurch ist eine bessere Auslastung möglich. Und wir haben die dynamische Mehrfachnutzung, sodass quasi bei 100 Parteien 20 Kästen ausreichen zu Beginn. Und dass man das dann erweitern kann. Und da wird für einen Herrn Meier, wenn er ein Paket bekommt, drückt der Bote quasi auf Meier. Dann wird ihm Fach 12 reserviert. Und Fach 12 hat dann wiederum den Vorteil, dass der Meier die Info bekommt, gleich zeitnah. Und dann auch das öffnen kann und sein Paket herausnehmen kann. Und dann geht's.